Wann hilft Ayurveda? Das ist eine der Fragen, die mir immer wieder gestellt werden. Wann hilft Ayurveda? Die einfachste Antwort, Ayurveda hilft dann, wenn du es umsetzt. Ayurveda hilft, wenn du eine Massage mitmachst. Ayurveda hilft, wenn du zu einer Ayurveda-Kur, zum Beispiel zur Yoga-Vidya, gehst. Ayurveda hilft, wenn du die Prinzipien umsetzt, bei typgerechter Ernährung oder auch typgerechter Tagesablaufgestaltung. Natürlich, das war jetzt vielleicht nicht deine Frage. Wann hilft Ayurveda, willst du wissen, bei welchen Indikationen? Man kann aber sagen, Ayurveda ist ja ein ganzheitliches und umfassendes Gesundheitssystem. Deshalb kann man sagen, wann hilft Ayurveda? Bei allem, was Gesundheit, Wohlbefinden und psychisches Gleichgewicht betrifft. Und sogar, wenn es darum geht, wie du auf deine Weise gut Erfolg haben kannst. Wenn du also fragst, wann hilft Ayurveda? Im Grunde genommen kann man sagen, immer. Es ist weniger die Frage, wann hilft Ayurveda, sondern welches Ayurveda hilft bei welcher Schwierigkeit. Natürlich kannst du sagen, nicht alle Erkrankungen werden durch Ayurveda geheilt. Aber es war jetzt nicht die Frage, welche Krankheiten kannst du mit Ayurveda heilen, sondern wann hilft Ayurveda. Natürlich bei Knochenbrüchen, da gehst du zu einem Schulmediziner, du gehst vielleicht zum Krankenhaus und dann wird getan, was getan werden muss. Aber auch hier hilft Ayurveda, indem es dir helfen kann, dir dabei auch eine gesunde Ernährung zu gönnen, deine bestimmte Meditationstechnik zu üben, vielleicht den passenden Kräutertee und so weiter. Durch Verletzungen und Unfälle kommt ja auch eine gewisse psychische Belastung dort dazu und diese kannst du wieder gering halten, wenn du dabei Ayurveda machst. Oder angenommen, du hattest eine schulmedizinische Behandlung gemacht, dann bist du typischerweise danach etwas durcheinander und verschiedene Systeme sind durcheinander. Die Psyche ist ein bisschen durchgerüttelt. Dort hilft Ayurveda, dass du wieder in dein Gleichgewicht kommst. Bestimmte Erkrankungen können auch alleine durch Ayurveda-Techniken geheilt werden. Wenn es um Heilung geht, brauchst du natürlich einen Ayurveda-Arzt oder Heilpraktiker. Besonders hilfreich hat sich Ayurveda erwiesen bei verschiedenen Formen von Rheuma, bei Asthma, bei Hauterkrankungen, bei Magendarmerkrankungen, bei Autoimmunerkrankungen, auch bei Parkinson und Multiple Sklerose. Da sind nur einige der Erkrankungen, die mit Ayurveda wirksam geheilt werden können, wie gesagt unter Anleitung von Arzt oder Heilpraktiker. Aber wann hilft Ayurveda? Ayurveda hilft in jedem Fall zum Wohlfühlen. Ayurveda hilft der Prävention von Krankheiten. Ayurveda hilft den Selbstheilkräften. Ayurveda hilft, dass du längere Zeit gesund bist. Und Ayurveda kann dir auch dazu helfen, dich so wohlzufühlen, voller Energie und Tatendrang, dass du viel Gutes bewirken kannst. Wann hilft also Ayurveda? Bei allen Aspekten des Menschseins. Dann, wenn du entweder Ayurveda-Anwendungen genießt oder einen Ayurveda-Lebensstil pflegst oder typgerecht lebst nach Ayurveda. Mehr Informationen über Ayurveda auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Abenteuer. Man 07 3